Haben Sie Lust, 100'000 Franken zu gewinnen? Ja. Haben Sie ein Talent? Ich bin handwerklich gut. Ich habe hier gebetet und alle gelegt. Wollen Sie das heute in der Talentshow vom SRF, Stadt-Land-Talent, zeigen? Nein, danke, danke. Hinten kann ich etwas anderes hören. Können Sie Fernsehstar werden? Heute habe ich für einen Aperon mit einer Kollegin abgemacht. Das geniessen wir, den schönen Abend zu sein.